Teil 2, Lia hat gerade meine Kamera ausgeschaltet. Haha. Ja, jetzt liegt es unheilig, unschuldig schön. Wo ist es los, Loggie? Oh, alter Knabe. Nochmal unseren Sammy. Voll in Action. Wahnsinn. Da ist ja voll gut drauf. Guck mal, wie er kampelt, wie er kämpft. Feilig. Unser kleiner Schüßer. Ach, das ist ein Zucht. Das ist ein Dad. Und der Roggie? Der Roggie, der rockt. Der Roggie geht da aufs Neue. So, was haben wir hier noch? Unsere Tapsi. Hey Tapsi. Noch ein paar Tage weiter. Und du musst... Nein, ich möchte. Du möchtest dann gerne Hamburgisch lernen. Ach, hallo. Ich muss dann sagen, sorgen Sie mal, ich höre hier eine Frage. Oh, das hieß ich. Ja, das ist nicht irgendwo. Ist das nicht ein Eis? Weiß ich nicht. Obwohl, das ist ja echt. Dann denkst du, nach Flut kommen die Ewe. Wir waren in Nordhorn. Und da haben die so gefragt. Ja, Nordhorn. Ja. Nordhorn. Ja, Norddeich. 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 Genau. Da war mit mir die Katrin, ist in den Laden reingekommen. Das erzähl ich mal unter euch. Und ich hab gedacht, ich spinne. Da hat sie gesagt, sorgen Sie mal, ich hab hier eine Frage. Ich hab gesagt, hä? War das jetzt in Thüringen oder war das jetzt in Nordfriesisch? Hat sie nicht mal gemerkt. Aber ein Satz, der unter die Haut ging. Sagen Sie mal, ich hab hier eine Frage. Ich hab da mal eine Frage. Sie können mir auch Zeit vorgegenstellen. Hattie, hattie. Richtig. Und sie sagt zum Beispiel, sie kann kein Ausländisch. Ich wusste es ja gar nicht. Ich hab es ja gar nicht mitgegeben. Aber ich? Aber ich nicht. Ich hab gesagt, ich spinne. Hält er sich in den Knall. Haben wir es überhaupt alle? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, hier ist doch. Ach, acht, sieben, acht, sieben. Eigentlich bist du die Zwei. Du warst jetzt Zwei auf der Welt. Der Erstgeborene, hier war der Erste. Boing. Das ist mein Freund. Der Freund von der Franz. Nein, von der Katrin. Von der Katrin. Kathrin. Kathrin, der Freund von der Katrin. Freund von der Katrin. Rocky von Jorak. Gut, okay. Du bist ein Schaden. Und die Mama schläft endlich. Ach, Gott sei Dank. Die Kinder sind versorgt. Und morgen kann es jemand eine Neuheit geben. Was? Der Teppich kommt raus. Ja, morgen sehen wir nicht mal dieses Bläuliche von dem Blau. Sondern sehen wir eher das von den Nackschen von der Weiß. Von der Vliese, von der Vliese, von der Vliese. Von der Vliese. Ja, weil die... Der Teppich kommt raus. Richtig, der Teppich kommt raus. Ja, weil die Pullen kackern. Oh ja. Die hören nicht auf mich. Genau. Die hören nicht. Wie der Enkel halt auch nicht. Manchmal nicht. Der hört auch nicht. Ja, stimmt. Ja, stimmt. So. Na ja. Gut. Also, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine schöne... Machen wir jetzt eine gute Nacht. Wir fangen mal an mit unserer... Wenn man in ihre Augen schaut, weiß man nicht ganz genau, was man heckt sie morgen wieder aus. Gut. Ähm, boah. So, dann sagt unsere Kleine... Tapsi. Tapsi. Hey, Nudel. Gute Nacht. Tapsi, guten Abend. Sonnabend. Sonnabend bin ich dann mal weg. Unser Vorredchen. So, dann. Planet of you. I love you. Ich kann zwar nicht englisch, aber love you. So. Vorredchen. Ah, am 25 ist es bei dir soweit. Ich träume jetzt schon mal davon. Mh, endlich. Ruhe. Oh, da freue ich mich schon drauf. So. Uuuh. So. Dann ist. Ich werde als Osterhase verkleidet. Ich komme an einen. Am ersten. Am ersten komme ich. Angehoppelt. Hopp, hopp, hopp. Fertchen, locken. Ja. Überstock und Überstein. Nein, sie locken. Hopp. Überstock und Überstein. Bei der Darlin will ich dann die erste sein. Hopp, hopp. Fertchen. Äh, tipsen, locken, locken. Na ja, sie, nee, sie tut es nicht fertig. Gut. So. Und unser Rocky, Rocky. Rocky, ey. Caroline, wartet schon auf dich. Oh. Den Graf Schuhe. Und die Babys. Und die Kinder. Das sind ja ihre Kinder. Das muss man ordentlich machen. Mach mal ordentlich. Geh, Rocky? Rocky. Nee, das war Rocky. Das war ihr. Geh, Rocky? Ja, wir. Ja, ja. Geh, Rocky? Am 25. Lernst du dann die Caroline kennen und ihre beiden jungen Jungs, Kitties, Kiboyz. Boys, boys, boys. Ich soll nicht ins Gesicht springen. Ember springt mir ins Gesicht. Ich habe schon drei Kratzer, zwei Bisswunden und ich muss noch genäht werden. Nein. Geht so. So, haben wir das, das, das. Tipps sieht. Lea fehlt noch. Und Benni. Benni? Lea hat es ja vorhin gehabt, indirekt. Lea, freilich. Nee, nee, noch nicht. Noch nicht. Ich denke, Lea und Rocky haben sie vorwech. Ja, ich habe gerade Rocky ist weggegangen, dabei ist Rocky hier geblieben. Ich weiß nicht. So, Benjamin. Bei dir wird auch alles gut. Das wissen wir. Ach, das schläft. Lass mir einfach ganz schön. Und jetzt machen wir noch so schnell unsere Lea. Wie er kackt. Au. Wire. So. Mach ich. Hier seht ihr meinen kackenden Hund. Boah, nicht viel, aber es wuffelt. Nur so viel. So, Papi geht hoch. Papst, Papst, Papst. Und zum Schluss machen wir noch Swaggy. Wo ist denn die? Nee, nicht die Kaffe, die Lea. Lea, die hat sich verkrümelt. Du weißt genau, dass sie verkackt hat. Dass sie verkackt. Hier ist er. Ja. Hier ist Lea. Warte, ich gebe sie mir mal hin. So, was machst du? So, und unser Swaggy. Du kommst heute Abend wieder mit heim. Geh zu mir. Das ist ein ganz Lieber. Und schläft zu dem Bett. Und dann wünsche ich euch jetzt allen einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Und eine schöne Nacht. Mit der Psi. Alles klar. Ich bedanke. Und wir sehen uns morgen wieder bei Welpen TV. Tschüss. Eurer Katrin und Nicole.